Hey liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale So, wie ihr seht, öffnen wir gerade ganz schnell die Truhen Und zwar liegt es, äh, ich hab momentan gar keine Zeit So, äh, also gerade hab ich gar keine Zeit Weil ich, äh, leider Gottes, ich muss es sagen, mega hart verschlafen hab Und ich nicht weiß, ob das Video rechtzeitig hochgeladen wird Und deswegen öffne ich gerade schnell die Truhen mit euch Und am Ende öffnen wir die Kronentruhe, zusammen auch Aber ich werde das alles schnell machen Das heißt, ihr werdet meine Stimme jetzt nicht hören Wir werden schnell alles durchziehen mit ein bisschen Hintergrundmusik Am Ende werde ich mich nochmal kurz melden und dann war's das Ich hoffe, der Part gefällt euch trotzdem Und, äh, wir sehen uns also später wieder Viel Spaß mit dem schnellen Spiel jetzt Und, äh, wir sehen uns also wieder 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 Ja, ja, das war, ja, das war, ja, das war mega krampf, das war fast 30 Minuten Rohdatei Hat euch vielleicht, ja, ja, das war, ja,考', da wir sehen, wir sehen, ich habe Ja, das war ja, das war ja High...... Vielleicht hat達' cabinet, auch wenn ich das am Ende erst anspreche, aber egal, vielleicht hat dois wir ein Thema, über das ich jetzt nächste Folge reden soll und ich will einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao, ciao und bye-bye, euerukldern hat doch!,ac